moin moin leute was geht kurzes info video zum start von fifa 22 in diesem video findet ihr alle informationen die ihr braucht full release von fifa 22 ist am 24 9 der early access startet am 21 9 das ist gerade für die ultimate edition und für die champions edition falls ihr euch EA play gönnen wollt für einen monat könnt ihr schon ab 16 9 starten ab da habt ihr dann zehn stunden zeit bis zum early access oder zum full release je nachdem was für eine version ihr habt und der webapp start startet am 15 9 da könnt ihr dann schon anfangen zu traden ich hoffe ich konnte euch mit diesem kurzen video etwas weiterhelfen falls ja lasst gerne supporter ich bin raus haut rein macht gut